Ich freue mich sehr, dass dieses Panel in dieser Zusammensetzung wirklich zustande gekommen ist, weil hier einige Dekaden, würde ich sagen, fast OER oder Open Education Expertise sozusagen zusammengekommen ist. Nicht als Lebensalter, sondern in Beschäftigung mit dem Thema. Ja, natürlich, so war es gemeint. Ich darf als Ersten Marco Kalls begrüßen. Marco Kalls beschäftigt sich seit gut 15 Jahren mit der Öffnung des Bildungssystems durch neue Technologien. Er hat bereits vor gut zehn Jahren, 2006, mit OLKOS das erste EU-Projekt zum Thema Open Education eingeworben und war darüber hinaus in verschiedene EU-Projekte zur Entwicklung von OER-Repositorien involviert. Er hat aktuell eine Professur für Open Education an der Niederländischen Fernuniversität, ich glaube, die ist in Heelen, und leitet dort derzeit verschiedene, auch internationale Forschungsprojekte zu Open Education und speziell gerade zu MOOCs. Herr Kalls darf Sie ganz herzlich begrüßen zu Ihrem ersten Vortrag. Ja, vielen Dank, Herr Blies. Ich freue mich auch, dass die Session hier zustande gekommen ist und dass die Deutschen sich trauen, über die Grenzen zu schauen, bei dem Thema OER und Open Education. Ich will ganz kurz ein bisschen reflektieren von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, hauptsächlich im Rahmen von EU-Förderung. Wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist die OER-Förderung bei der EU schon ein paar Jahre her. Also die EU hat eine ganze Zeit auch Repositorienprojekte gefördert und ja, ich will einfach ein paar Lessons learned mit Ihnen teilen und schauen, ob Sie eventuell Fehler, die wir gemacht haben, eventuell nicht nochmal wiederholen müssen. Kurze Vita, Herr Blies hat es schon gesagt, ich habe mit OLCOS 2004, 2006 ein EU-Projekt zum Thema Open Education, da haben wir eine Roadmap gebaut, eingeworben, bin dann in die Niederlande gewechselt und wir haben dann sechs oder sieben OER-Projekte gehabt bei uns in der Gruppe. Open Scout beschäftigte sich speziell mit OER im Bereich Business and Management Education, MACE in der Architekturausbildung, iCoper war gerichtet auf Lehrende und ShareTech auch und ja, ich komme von der Fernuniversität der Niederlande, wir sind auch eine richtige Open University im Sinne, dass wir keine Zugangsbeschränkungen haben und für uns liegt das natürlich auch nah, in dieser Welt mitzudrehen und wir bieten auch schon seit Jahren offene Masterclasses an, einwöchige Formate und seit 2014 auch aktiv in der MOOC-Welt und forschen da auch im Moment recht viel zu. Ja, die Frage, die mir heute auch trotz aller Diskussionen immer wieder auch, die mir immer wieder auch in den Kopf kam, ja warum denn eigentlich? Und das Thema Open Educational Practices wurde auch schon öfter genannt, wir haben das in diesem Abschlussreport von dem OER-COS-Projekt auch mehrfach betont, die Ressourcen sind der Weg zum Ziel. Das eigentliche Ziel aus meiner Sicht ist nicht die Freistellung von Ressourcen, sondern die Innovation von Bildungspraxis und die Öffnung von Bildungspraxis. Das ist für mich ein ganz wichtiger Schritt, weil wir damit auch die reine Diskussion über Lizenzen, in den Technologien und so weiter ein bisschen verlassen und uns auch eher an weichere Faktoren annähern. Kurz auch nochmal was zur Genese von OER-Repositorien. In den verschiedenen EU-Projekten ist eigentlich so schrittweise, hat sich eigentlich so ein Technologie-Portfolio gebildet. Am Anfang ging es wirklich darum, Metadata-Standards auszutauschen, Suchinterfaces zu bauen, um in verschiedenen Repositorien gleichzeitig zu suchen. Das war so die erste Generation. Man ist dann aber auch sehr schnell auf die Idee gekommen, naja, die Nutzer kommen aber nicht unbedingt zu diesen Plattformen, dafür müssen wir auch die Repositorien auch wieder in andere Plattformen einbringen. Zweite Generation ist alles sehr stark vereinfacht, aber zweite Generation haben wir dann auch Widgets gebaut und die OER-Repositorien sind auch wiederum in LMS-Systeme eingebaut worden, in PLEs und alles Mögliche, sodass die Suche auch wirklich verfügbar war, da wo die Lerner sind. Und der dritte Schritt und die dritte Generation, da hat man eigentlich versucht, diesen Prozess der Wiederverwendung und der Adaptation von Lernressourcen auch wiederum durch Tools zu unterstützen und auch diesen Prozess sichtbar zu machen. Und da hat man auch verschiedene Arten von Metadaten aufgesetzt, sowohl klassische Top-Down-Metadaten als auch soziale Funktionalitäten benutzt, so wie Tagging und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen die Genese, die aus den EU-Projekten hervorgekommen ist. Und das größte Problem eigentlich aus meiner Sicht, gerade von OER und OER-Repositoren, ist Technologieakzeptanz eigentlich. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir erwarten, wenn wir die Repositorien in die Welt setzen, kommen die Nutzer schon, die werden da schon hinkommen und schon was finden. Das ist viel zu naiv und so sind teilweise die europäischen Projekte auch verargumentiert worden. Und ja, wir haben halt gelernt, dass es so einfach nicht ist und dass die Bedarfssituation für den Nutzenden auch nicht so deutlich ist immer. Lessons learned. Sechs Hypothesen aus diesen EU-Projekten. Wir haben ja nicht so viel Zeit hier im Vortrag. Die Technologie ist vorhanden. Die Ariadne Foundation aus Belgien hat eigentlich alle Technologien, die notwendig sind, um Repositorien aufzusetzen. Publishing-Interfaces, Metadata-Standards, alle möglichen Services. Technologie ist überhaupt kein Hindernis. Das ist vor zehn Jahren in diesen EU-Projekten gebaut worden. Das ist alles Open Source verfügbar. Expertise ist dazu auch verfügbar. Daher, Technologie ist im Moment aus meiner Sicht absolut nicht das Hindernis. Viel größeres Hindernis, und das ist auch, was wir in den EU-Projekten festgestellt hatten, Effekte von OER-Repositorien sind bisher sehr, 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 sehr mau. Es gibt sehr, sehr wenig Fakten zu Wiederverwendung und Adaption, unter anderem, weil es auch technisch immer noch eine Herausforderung ist, Ressourcen zu folgen, also den Lebenszyklus von der Ressource mit zu verfolgen und zu schauen, in welchen Kontexten sie wiederverwendet werden. Zweiter Aspekt, Kosteneinsparung, wird oft als Argument benutzt in der OER-Welt. Da gibt es im Moment eine ganz interessante Studie von David Wiley zu Lehrbüchern in den USA, wo er einfach mal verglichen hat, zwischen Lehrbüchern, die auf Basis von OER-Ressourcen gebaut worden sind oder entworfen worden sind und klassischen Lehrbüchern und er hat gesehen, die haben eine vergleichbare Qualität, sehr spezifisch für den US-Markt, wo Textbooks eigentlich noch immer sehr, sehr dominant sind. Das ist eine resente Studie, wo Kosteneinsparungen mal wirklich untersucht worden sind. Dritter Aspekt, was auch mal wieder genannt wird, Innovationseffekte. Naja, die Ressourcen, die leiten dann schon Innovationsprozesse ein. Und auch dazu gibt es einige Case Studies, aber sehr, sehr wenig valide, große Studien, wo man sagen kann, okay, das ist aber wirklich auch Effekt, ja, dem Effekt von Nutzung von offenen Bildungsressourcen zuzuordnen. Andere schmerzvolle Erfahrung, OER lebt so lange, solange extra Finanzierung da zur Verfügung steht. Diese OER-Projekte aus der EU, die ich Ihnen genannt habe, viele Plattformen davon sind schon nicht mehr online. Auch The Globe einst entstanden als ein Metarepositorium, wo alle anderen Repositorien eingehen, gibt es heute nicht mehr. Also die Idee der Nachhaltigkeit ist da einfach nicht mitgedacht worden und das ist was, wenn hier jetzt neue Repositorien entstehen, von Anfang an einfach mitgedacht werden muss. Ja, die Verfügbarkeit stoppt und somit auch der Zugang sozusagen zu den Ressourcen. Weiterer Aspekt, den ich auch teilweise hier im Programm einfach, der mich gewundert hat, wäre Millionen Lerner im Moment in MOOCs, aber dieses Verhältnis von MOOCs und OER ist irgendwie nicht so richtig klar und deutlich. Also natürlich sind das in dem Sinne teilweise Ressourcen, die nicht unter OER-Lizenzen zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite Millionen Lerner in offenen Kursen, das hat auch was mit Open Education zu tun und irgendwie wäre es zeitgemäß, das mitzudenken und zu überlegen, wie können wir die MOOCs auch mitnehmen in so einer neuen Bewegung. Last but not least, OER-Programme ohne Begleitforschung und Effektenmessung führt am Ende zu Rechenschaftsproblemen. Nach mehrjährigen Projekten wird dann gefragt, ja, aber warum nutzt das denn keiner und wie kommt das denn? Und ja, da wäre einfach im Sinne der Accountability, wie man so schön sagt, im Englischsprachigen, sehr angebracht, wenn auch Begleitforschung auch von Anfang an in Deutschland passieren würde. Und Begleitforschung schließt für mich besonders da an, wo bisher noch eine große Lücke ist in der Forschung. Was sind eigentlich die Faktoren, die die Nutzung und Anpassung von OER beeinflussen? Wenn das unser Ziel ist, dass wir Wiederverwendung von Ressourcen haben und Anpassung durch offene Lizenzen hervorgerufen, dann müssen wir irgendwie Forschung dazu haben. Ich will Ihnen da ganz kurz ein paar Studien vorstellen, die wir im Rahmen des Wikivise-Projektes durchgeführt haben. Die Idee war relativ simpel. Wikivise war auch ein großes niederländisches Projekt, wo einige tausend Lehrende teilgenommen haben. In der Studie ging es jetzt hauptsächlich um Lehrpersonen auch in Schulen, deswegen ist es nicht repräsentativ für alle Sektoren. Und die Idee war relativ simpel. Die Frage war eigentlich, wie können wir eigentlich die Faktoren herausfinden, die die Nutzung von Open Education Resources positiv oder negativ beeinflussen. Und da haben wir verschiedene persönliche Variablen, Variablen im Sinne von, okay, was ist eigentlich der Outcome-Belief, was ist eigentlich der Nutzen, um OER zu brauchen und noch verschiedene andere Variablen, die da versammelt worden sind in der Studie. Und am Ende hat man, da werden Sie jetzt nicht viel von erkennen können, hat man vor allen Dingen die Einstellung selbst zu OER und die Selbseffektivität der Lehrpersonen als kritische Vorhersage für OER-Nutzung herausgefunden. Und andere Einflussfaktoren waren, was auch selbstsprechend ist, Vorerfahrung mit digitalen Lehrmaterialien überhaupt, die Nutzung im sozialen Kontext, also wenn an der Schule sowieso schon viel mit digitalen Lehrmaterialien gearbeitet wurde, war das ein positiver Faktor, der wiederum auch die Nutzung von Open Education Resources beeinflusst hat. Und last but not least natürlich auch Wissen und Kompetenz, also die Skills, um überhaupt mit digitalen Materialien umzugehen. Das waren in der ersten Studie klare Faktoren, die einen positiven Einfluss hatten auf die Nutzung von OER und die Wiederverwendung von OER. Zweite Studie, da ging es mehr darum, was sind eigentlich die Barrieren, warum nutzt ihr es nicht? Da habe ich nur eine Slide hier mitgenommen und teilweise sind das wirklich recht banale Gründe, die da unter den Lehrpersonen genannt wurden. Also Lack of Equipment, natürlich, wenn wir keine vernünftige Technologie in den Klassenräumen haben, fällt es schwer dann mit digitalen Technologien zu benutzen und digitale Lehrmaterialien anzupassen und so weiter und so fort. Lack of Time immer wieder ein Argument, Malfunctional Equipment, Lack of Suitable DLM, also erst an vierter Stelle geht es überhaupt um die Qualität der Lehrmaterialien. Das war erst an vierter Stelle genannt worden, dass man einfach nicht die passenden Ressourcen gefunden hat. Letzte Studie, ganz kurz, ich habe gerade schon die Zeit angezeigt bekommen, ging dann wiederum auch über in diesem Wikivice-Projekt über auch wieder eine Befragung von Lehrkräften, 1568 Lehrkräfte haben da teilgenommen und da haben wir mal geschaut, okay, die Lernenden, die aktiv sind, was machen die denn überhaupt und wie ist eigentlich deren Bereitschaft zu teilen, jetzt nicht nur im Internet, sondern generell, also teilen die auch mit ihren Kollegen ihr Wissen und da haben wir herausgefunden, dass hauptsächlich sehr wenig komplexe Open Education Resources geteilt wurden, also einfache Texte und Bilder und die OER-ID hat immer so eine Aggregationsvision, dass wir von kleinen Nuggets zu ganzen Kursen kommen und so weiter und so fort, das war absolut nicht gegeben bei den Lehrpersonen in den Niederlanden. Ein zweiter interessanter Effekt, dass Teilen zweimal so häufig interpersonal stattfand, also im Kollegium zu teilen, in so einer vertrauten Umgebung, war sehr, sehr einfach für Lehrpersonen, fand zweimal so häufig statt, wie im Internet öffentlich etwas zu teilen, also der scheint mir so eine Art Zwischenschritt zu sein, bevor man rausgeht und wirklich sich der Welt mitteilt mit seinen Ressourcen, war es für die Lehrpersonen in den Niederlanden sehr, sehr kritisch, erstmal in einem geschützten Kontext etwas zu teilen und wiederkehrend immer wieder Selbsteffektivität, Selbsteffektivität, Selbsteffektivität war immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der Einfluss hatte auf die Bereitschaft, auch Open Education Resources zu teilen. Empfehlungen aus meiner Sicht, Begleitforschung, 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 Begleitforschung ist auf jeden Fall notwendig, um am Ende auch wirklich Effekte messen zu können und Information und Awareness, gerade was das BMBF ausschreibt, diese Informationsstelle ist sicherlich wichtig, aber Awareness alleine führt noch nicht direkt per se zu Nutzung. Eine klare Beantwortung der Ziel- und Bedarfsfrage, wo kein Bedarf, auch keine Nutzung, auch da ist teilweise sehr fuzzy, wie man mit Lehrpersonen kommuniziert und last but not least die Schaffung eines positiven Kontexts im Sinne von Skills und Infrastruktur für Lehrpersonen. Nicht, dass es nachher an ganz anderen Faktoren scheitert und nicht an den ORS selber. Vielen Dank. Vielen Dank, Marco Kaltz. Es wird ja gleich an dem Thementisch auch noch Gelegenheit sein, die ganzen Erkenntnisse aus diesen ganzen Begleitforschungen in der Diskussion zu vertiefen und da bei der Expertise nochmal nachzufragen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich hier Jan Neumann. Jan Neumann arbeitet als Leiter für Recht und Organisation beim Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW. Er ist zudem Mitglied des Fachausschusses Bildung der Deutschen UNESCO-Kommission, zudem Autor, Herausgeber verschiedener OER-Publikationen und bloggt auch regelmäßig, so er den Zeit hat, in OER-Sys.org. Seit 2013, sehr interessant, leitet er das von William-Flora Hewlett Foundation gegründete OER World Map Project. Ich glaube, das hast du im vorigen Panel auch ausführlicher vorgestellt, aber da kommst du jetzt auch nochmal drauf. Genau, und jetzt ganz aktuell, wann ist er rausgegangen, gestern oder vorgestern? Der OER-Atlas. Dazu sagst du ja jetzt allen noch mehr. Okay, herzlich willkommen, Jan Neumann. Ja, klar. Ja, schönen Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen sein zu können. Ich muss mich entschuldigen, ich habe leider keine Slides mitgebracht. Ich habe es einfach nicht geschafft. Es waren unglaublich hektische Wochen. Wir haben, ich war vorletzte Woche noch auf dem ULIT Grantees Meeting in New Orleans und parallel haben wir noch den, wie bitte? Den Browser, den Browser, ja, kannst du nochmal gucken, ob die World Map, ich habe es gerade mal versucht, Ja, was? Kannst du nochmal den Browser versuchen? Ja, versuch es einfach nochmal im Nebenfeld. Ja, jedenfalls, habe ich es nicht mehr geschafft, Slides herzustellen und ich habe auch nochmal inhaltlich ein bisschen den Fokus meines Beitrages geändert. Der Punkt war, ich hatte zuerst vorgehabt, die OER World Map Ihnen vorzustellen als Tool quasi, das gerade eben darauf abzielt, den verschiedenen OER Communities miteinander zu verbinden und auch entsprechende und auch entsprechende Best-Practice-Beispiele zu transferieren, das heißt also, dass darauf abzielt, Know-How-Transfer zwischen den entsprechenden Communities herzustellen. Hier im Hintergrund gerade eben eingespielt worden, das kommt jetzt auf der Beamer-Auflösung nicht ganz so gut, das sieht ein bisschen eleganter aus, wenn Sie es auf Ihrem Laptop öffnen, aber Sie sehen schon, es sind schon einige Einträge dort. Ich habe dann aber gedacht, okay, erstens haben wir im Augenblick noch wenige konkrete Einsichten, die wir von der OER World Map quasi ableiten können, weil einfach der Datenbestand sich gerade eben erst noch im Aufbau befindet. Wir betreiben das Projekt seit Ende 2013, haben letztes Jahr die Plattform aufgebaut und haben jetzt Ende letzten Jahres eigentlich angefangen, die Eingabeformulare bereitzustellen und Daten zu sammeln. Wir haben jetzt mit dem OER Atlas eine erste große Sammlung in Deutschland vorgenommen und was jetzt dieses Jahr hoffentlich und auch im nächsten Jahr dann folgen wird, ist, dass wir in anderen Ländern entsprechend auch versuchen, eine große Zahl von Daten zu sammeln und vermutlich wird dann die OER World Map in den kommenden Jahren, so wenn sich das Projekt positiv entwickelt, auch gerade eben darauf abzielen, dass man halt gute Erfahrungen teilen kann und dass die OER Gemeinschaft voneinander lernen kann. Ich habe gerade eben eine Session gehabt, wo ich die OER World Map im Detail vorgestellt habe. Das ist ein sehr, sehr komplexes Projekt. Das heißt, es geht in sehr viele verschiedene Richtungen. Es gibt viele User Stories, die damit verbunden sind und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche vielleicht jetzt hier nicht nochmal in zehn Minuten das zusammenzufassen, sondern gebe Ihnen einfach einen kurzen Eindruck mit und Sie können ja gerne dann nochmal drauf gucken. und habe mich für den Vortrag heute eigentlich enger an die ursprüngliche Fragestellung gerichtet, was kann man aus dem internationalen Umfeld lernen und ich habe in den letzten Jahren sehr das Glück gehabt, sehr viel international unterwegs zu sein. Das heißt, ich war auf vielen Konferenzen in England, auf den Open Education Konsortium Konferenzen, jetzt auch auf den Open Ed Konferenzen in Amerika und habe insofern mit vielen Leuten gesprochen und dachte, ich gebe Ihnen einfach mal so ein paar Punkte mit, die ich so persönlich beobachtet habe. Das deckt sich in vielen Punkten mit dem, was Herr Kaltz gerade eben schon ausgeführt hat, ist aber dann in der Regel nicht wissenschaftlich begründet, sondern einfach eher eine Beobachtung von mir. Der erste Punkt, Herr Kaltz sprach von Nachhaltigkeit, auch ein wichtiger Punkt für mich am Anfang eines OER- Programms in Deutschland. OER-Programme können endlich sein, das heißt also, wir haben es gesehen in den Niederlanden, wo ja eigentlich sehr gute Erfolge auch erzielt worden sind mit dem Aufbau der Wikivise-Plattform, ähnlich auch in UK, in Großbritannien, auch dort hatte man eigentlich sehr gute, vielfältige Aktivitäten. Die Community ist auch immer noch sehr aktiv, das heißt also, jetzt auch nachdem die Förderung eingestellt worden ist, was wohl dort zusammenhängt mit einer Restrukturierung auch des Finanzierungssystems der Wissenschaft, so hat man mir das auf jeden Fall erklärt, ist dort immer noch viel Aktivität und die Community lebt weiter, es gibt auch weiter Konferenzen, aber die Kollegen aus England beklagen sich bitterlich, dass sie halt im Augenblick nicht mehr die adäquate Förderung haben, um die Aktivitäten allein schon aufrecht zu erhalten. Und darin versteckt sich meiner Meinung nach einmal eine Aufforderung an die Förderer zu sehen, dass wenn man entsprechende Produkte aufbaut, man auch gucken muss, dass die dann später vielleicht zumindest die Mittel noch haben, um weitergeführt zu werden. Zum anderen natürlich die Aufforderung an die Projekte selber, dass man von Anfang an Nachhaltigkeit plant, anstrebt und nicht erst im letzten Teil des Projektes anfängt, sich über die Fortführung der Finanzierung Gedanken zu machen. Der zweite Punkt, Textbücher sind nicht tot, totgesagte Leben länger, heißt es ja und auch dort, ich beziehe mich hier insbesondere auf die amerikanische Diskussion, aber auch in anderen Ländern wie zum Beispiel in Polen stehen die Textbücher weiterhin sehr groß im Fokus und für die USA gerade eben ist das also wirklich ganz massiv. Also ich habe da den Eindruck, dass sich die Diskussion sogar noch verengt hat. Das heißt also, dass eigentlich die Konferenzen nur noch sich um das Thema Textbücher drehen. Das heißt, das ist vielleicht erst ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wirklich ein ganz, ganz großer Anteil der Diskussion, der amerikanischen Diskussion dreht sich um das Textbuch und ich sage das nicht nur, weil das in Amerika, das jetzt im Augenblick so ist, tatsächlich ist es so, dort hat das sehr spezielle Gründe, das heißt, das amerikanische Bildungssystem steht sehr stark unter Stress und für Studenten ist es sehr, sehr teuer zu studieren. Viele Leute studieren nicht mehr, weil es zu teuer ist und Lehrbücher nehmen dort einen großen Teil der Kosten ein. Lehrbücher kosten da schnell mal 300 Dollar oder ähnliches, das kann man sich vorstellen, bei uns kosten die 30 Euro. Insofern also sehr viel bessere Situation in Deutschland als in den USA. Ich sage das aber auch, weil ich persönlich eine gewisse, ja ich mag Bücher immer noch nach wie vor und ich glaube auch, dass Bücher auch in Zukunft eine gewisse Bedeutung haben werden, einfach dadurch, dass sie die Komplexität so schön zusammenfassen. Das heißt also, bei einem Buch, wenn ich das als Student lernen muss, weiß ich, dass das, was ich brauche, dort drin ist und ich finde es dort und ich finde diese komplexitätsreduzierende Aspekt des Buches, der ist einfach unschlagbar, den findet man im Internet auch nicht so gut. Dritter Punkt, anknüpfend im Prinzip an die Textbücher, dass die Förderung von der Herstellung von Contents ein wichtiges Element von OER-Programmen darstellt. Meiner Meinung nach geht es um drei Punkte, wenn man OER-Programme starten möchte. Man muss auf der einen Seite gucken, dass man das Know-how und die Kultur, die Bereitschaft seitens der Menschen hat. Man muss gucken, dass man die technische Infrastruktur hat und ich glaube auch weiterhin, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, tatsächlich nicht zu erwarten, dass sich die Contents von alleine plötzlich aus dem Nichts herstellen, sondern auch von Anfang an Mittel bereitstellt, um systematisch Content aufzubauen. Das merkt man halt jetzt gerade in den USA, dort werden halt sehr große Mittel darauf verwendet, hochqualitative Lehrbücher herzustellen. Die kosten da teilweise ein Heidengeld. Also ich habe mal gehört, dass bei OpenStacks ein Lehrbuch 500.000 Dollar kostet in der Produktion und offensichtlich ist man dort aber bereit und meint, es zahlt sich aus und tatsächlich David Wiley, die Plattform, die zeigen, die rechnen vor im Prinzip, wie hoch die Einsparungen der Studenten sind und die sind um ein Vielfaches höher als die Kosten der Lehrbücher. Zweites Beispiel für die professionelle Herstellung von Inhalten ist Norwegen. Auch dort bei der National Digital Learning Area werden ganz systematisch Inhalte produziert. Soweit ich das verstanden habe, ist das ein Ausschreibungsverfahren. Das heißt, es werden erst Koordinatoren gesucht. Das sind dann in der Regel Lehrer, die treten dann der NDLA herbei und dann fangen die an, die Contents aufzubauen mit externen Dienstleistern und auch dort scheint das sehr gut zu funktionieren und ich erwähne den Punkt einfach deshalb, weil sich nach meiner Wahrnehmung im Augenblick die deutsche Diskussion sehr stark auf die ersten beiden Punkte Awareness und Infrastrukturen fokussiert, was auch sehr gut ist, aber ich meine, man sollte auch diesen dritten Punkt im Kopf behalten und man könnte einfach mal anfangen, zum Beispiel in der Grundschule entsprechende Kollektionen von Arbeitsblättern herzustellen. Das wäre eine Sache, die von der Komplexität noch relativ einfach zu handhaben wäre. Wir haben einen übersichtlichen Fächerkanon, wir haben nur vier Fächer, die Überschneidungen dürften auch wahrscheinlich noch relativ groß sein. Das heißt also, wenn man entsprechende Infrastrukturen aufbaut, würde ich auch empfehlen, entsprechend auch quasi als Startpunkt auch eine gewisse Basis an hochqualitativen Inhalten bereitzustellen. Davon gibt es natürlich auch schon eine ganze Reihe, aber zusätzlich noch darüber. Dann zum Nutzen von OER, auch dort gibt es verschiedene Diskussionen und verschiedene Aspekte. Es gibt dieses Iron Triangle, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, von Sir John Daniels, ist aufgegriffen worden von Fred Mulder, der hat es nochmal ein bisschen erweitert. Das sagt, dass OER im Prinzip verschiedene Vorteile hat und zwar geht es auf der einen Seite um Kosteneinsparung, es geht auf der anderen Seite um die Erweiterung von Zugang, es geht um die Verbesserung der Qualität der Inhalte und es geht um Innovation im Lehrprozess. Das sind also im Prinzip diese vier Punkte und die finde ich eigentlich sehr, sehr gelungen und was ich so in meiner Wahrnehmung halt so ausmache ist, dass es unterschiedliche Institutionen beziehungsweise Länder gibt, die für diese Aspekte unterschiedlich bewerten. Zum einen zum Beispiel die Kosteneinsparung, haben wir gerade schon erwähnt in den USA. Also da gibt es ganz viele Leute, die sagen, wir machen OER, um Kosten einzusparen. Das ist der zentrale Punkt und das tun wir auch. Sehe ich sehr stark in den USA vertreten, diese Diskussion. Dann haben wir den Innovationscharakter, den wir gleich nochmal ausführlich von Dominic Orr vorgestellt bekommen werden. Die OECD-Studie neue betont diesen Aspekt sehr, sehr stark und die UNESCO, für die steht typischerweise der Zugang zu Informationen, insbesondere auch in weniger entwickelten Ländern im Vordergrund. Den Qualitätsaspekt, das heißt also die Steigerung der Qualität der Lehre, bin ich sehr gespannt. Kann ich jetzt im Augenblick nicht keiner direkten Bewegung oder keinem Land zuordnen. Vielleicht tut sich da in Deutschland ja noch was, weil ich habe den Eindruck, dass typisch deutsch, vielleicht kann man sagen, Qualität ein sehr großes Thema ist hier in Deutschland und ich bin sehr gespannt, wie das aufgegriffen und umgesetzt werden wird. Ja, anknüpfend an dem Aspekt des Zuganges und der UNESCO ist eine Geschichte, dass ich sehe, dass gerade dieses globale Potenzial von OER sehr schnell aus dem Fokus rückt. Das heißt also, man verläuft sich dann immer sehr schnell in kleineren Diskussionen und hat seine lokalen eigenen Probleme und ich denke, wenn man das Ganze noch mal so mehr im globalen Kontext sieht und sieht, dass Inhalte halt dort auch tatsächlich für weniger entwickelte Länder zur Verfügung gestellt werden kann, dort sehe ich nach wie vor einen Riesenvorteil von OER und ich denke, das sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, wenn man über OER spricht. Punkt 6, Reuse is not sexy, auch vorhin schon angesprochen worden, es gibt immer wieder Probleme. Einer der größten Vorteile, dass nämlich OERs nachgenutzt werden können, findet in der Praxis noch viel zu wenig statt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber auch das ist eine Beobachtung, die ich schon häufig aus vielen verschiedenen Ländern gehört habe, auch aus Norwegen zum Beispiel, die Kollegen von der NDLA, die sagten das auch. Wir produzieren sehr viel, aber das, was wir zurückbekommen, ist bis jetzt noch sehr wenig. Eine weitere Beobachtung, Punkt 7 ist, OER startet in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Bildungsbereichen. Auch das ist eine sehr interessante Geschichte. In Deutschland ist es im Schulbereich gestartet, in England zum Beispiel viel stärker im Higher Education Bereich, was dann auch zu gewissen unterschiedlichen Ausprägungen der Diskussionen führt. Ich glaube, die Zeit läuft schon dem Ende entgegen. Punkt 8, ich arbeite für das Hochschulbibliothekszentrum und ich habe mit sehr viel Freude vermerkt, dass die Bedeutung von Bibliothekaren sehr stark zugenommen hat in den letzten Jahren. Das heißt also 2012 hieß es zum ersten Mal in England, von wegen, dass es Co-Pilot, eine Community of Praxis von Bibliothekaren gab, die sich mit OER beschäftigten, was für mich natürlich auch relevant war, weil ich aus dem Bibliotheksbereich komme. Und jetzt in den letzten US-amerikanischen Konferenzen war es also so, dass die Bibliothekare einen eigenen Track hatten, einen eigenen Library-Track hatten, der sehr gut besucht waren, wo also tatsächlich schätzungsweise 50, 60 Bibliothekare über das Thema OER diskutierten und wo teilweise es auch hieß, dass die Bibliothekare inzwischen eine der stärksten Stakeholdergruppe innerhalb von OER sein. Und der letzte Punkt, auch der von Herrn Kals glaube ich schon angesprochen, OER muss konkrete Probleme der Nutzer lösen. Ich denke, das ist eine sehr gute Herangehensweise, in der man sich vorher überlegt, welche Probleme des Lehrers oder des Lehrenden löst OER, wenn OER nur dazu führt, dass noch mehr Aufgaben für die Lehrenden anfallen werden, wenn sie also dann noch eine Plattform mehr beherrschen müssen und sich einarbeiten müssen und eigentlich keinen spürbaren Nutzen davon haben werden, dann wird OER glaube ich keine große Verbreitung finden. Das Problem ist, die Lehrer, ich bin selber mit einer Lehrerin verheiratet, die laufen eh schon alle am Limit. Das heißt, sie haben kaum Zeit, sich jetzt noch in neue Themengebiete einzuarbeiten und dort neue Fähigkeiten zu erwerben, sondern da muss man sehr konkret sagen, welche konkreten Probleme kann man mit OER für die Lehrenden und auch die Lernenden natürlich lösen. Und ja, mit diesem Punkt ende ich und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Jan Neumann. Als nächsten Referenten haben wir Herrn Dominic OER, ursprünglich aus England, hat dann in Deutschland studiert und promoviert. Derzeit ist Herr OER wissenschaftlicher Mitarbeiter am FIBS-Institut für Bildungs- und Sozialökonomie. Herr OER hat in den letzten zehn Jahren mit einigen nationalen Bildungs- und Wissenschaftsministerien in den meisten europäischen Ländern zusammengearbeitet, war auch aktives Mitglied der Bologna-Follower-up-Group und hat Projekte für die Europäische Kommission, die OECD und auch die UNESCO durchgeführt. Kürzlich ist eben die aktuelle OECD-Studie erschienen, auch zum Thema OECD, die sich im Wesentlichen mit der Beziehung zwischen Politik, Bildungsinnovation und auch der Rolle von OER dabei beschäftigt. Ich begrüße ganz herzlich Dominic OER hier auf der Bühne. Okay, danke schön. Ja, also ich bin hauptsächlich hier, weil ich eben Hauptautor war von der OECD-Studie zu OER. Wir haben uns 2007 mit dem Feld beschäftigt und dann eben 2011 gab es eine kurze Umfrage der Mitgliedsländer der OECD zur OER. Und dann haben wir überlegt, dann machen wir für die aktuelle Zeit dann eine Synthese der aktuelle Entwicklung in der Welt sozusagen zum Bereich OER. Und ich finde das schon sehr schön, dass ich auch kurz etwas zu dieser Studie sagen kann und auch, dass wir diese Panel hier haben, weil man kann echt viel aus internationaler Beispiele lernen. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, als ich den Bericht OER Mapping gestern überflogen hat, dass zum Teil diese Lektionen aus dem Ausland nicht so stark wahrgenommen werden, wie das vielleicht notwendig wäre. Hier für meine Präsentation jetzt wollte ich auf ein Thema ein bisschen fokussieren. Wir haben den Titel für die OECD-Studie war, dass wir denken, OER innovativ werken kann. Und deswegen wollte ich kurz etwas sagen, zu welchen Innovationen man vielleicht erwarten könnte von OER. Und natürlich, weil ich für die OECD gearbeitet habe, ging es darum, zu sagen, okay, was wäre der Übergang zwischen Praxis, zwischen diesen ganzen Initiativen und die Politik. Welche politische Maßnahmen braucht man, um OER zu unterstützen? Und das würde ich hier in diesem Beitrag kurz thematisieren. Okay, also der erste Punkt ist, ich habe mir einfach überlegt, vielleicht nehmen wir ein bisschen einen anderen Blick auf das Bildungssystem und wir gehen zurück auf diese klassische Definition von verschiedenen Typen von Innovationen. Das ist auch eine Definition, die in allen OECD-Publikationen auch verwendet wird. Das ist sehr etabliert. Und dann habe ich auch überlegt, gibt es sozusagen Äquivalenten im Bildungsbereich? Und damit können wir vielleicht sehen, wo innovative Bildung vielleicht stattfindet. Und was man hier sieht, also für diese vier verschiedenen Arten von Innovationen, Produkt, Prozess, Organisationen, Marketing, Innovationen, in allen diesen Bereichen sehen wir, es verändert sich was im Bildungssystem. Und da würde ich, also den Ansatz, den wir genommen haben für unsere Studie, war eigentlich genau der, der vorher betont worden ist, nämlich zunächst mal, das habe ich schon mal gesagt, aber ich sage es noch mal, zunächst mal, wir interessieren sich gar nicht. Wir interessieren uns gar nicht für OER. Wir interessieren uns für gutes Lehren und gutes Lernen. Und dann können wir überlegen, okay, welche Rolle kann OER darin spielen? Wenn man das macht, das hilft nämlich auch, zu überlegen, welche Rolle spielt das im gesamten Bildungssystem und wie relevant kann das sein für die politische Maßnahme, die ergriffen werden sollen. Schon wichtig, das hatten wir ein bisschen mit dieser MOOCs-Geschichte und so, eben diese, ich habe das ein bisschen polemisch, den Silicon Valley-Ansatz genommen, wo man einfach sagt, alles ist kaputt, es gibt neue Technologie, wir gründen alles neu. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. Es funktioniert vor allem nicht, wenn man sagt, man möchte etwas machen im normalen Bildungssystem. Klar, man kann das quasi am Rande des Bildungssystems, kann man extrem innovativ sein. Aber insbesondere, unser Auftrag bei der OECD war zu überlegen, okay, welche Rolle kann das im Bildungssystem, so wie es jetzt steht, spielen. Und insofern, wir haben uns insbesondere fokussiert auf den Begriff soziale Innovation, wo es eben um soziale Praxen geht. Also soziale Praktiken vielmehr. Also insofern, wir haben gesagt, People and Processes im Prinzip. Also die Technologie eben im Hintergrund und erstmal zu überlegen, wie funktioniert Lehren und Lernen jetzt und was wollen wir da verändern und eben welche Rolle spielt OER dabei. Wenn man eben diesen sozialen Innovationsansatz nimmt, dann gibt es ein, es gibt ein klassischer Sieben-Phasen-Modell zum Beispiel. Das Interessante nur hier ist, ich komme nachher ein bisschen darauf zurück, aber der erste Punkt ist, es fängt an schon mit diesen Opportunities und Challenges und der Punkt bei, wir haben gesagt in dem Bericht, es geht insofern um große Herausforderungen im Bildungssystem zunächst mal. Dann überlegen wir, okay, welche Ideen, welche Innovationen brauchen wir und eben wie kann OER eine Rolle spielen. Wenn es weitergeht in diese Spirale sozusagen, wird nämlich, das wurde auch vorher bei den zwei Vorrednern betont, die weitere Ebene, das ist extrem unterentwickelt. Diese Developing and Testing, vor allem Making a Case, also wirklich gute Begleitungsforschung, das ist wirklich extrem Mangelware. Und dann, dass man überlegt, diese weitere Schritte, also die Realisierung und dann zu überlegen, okay, wie kann das im System implementiert werden, das ist besonders schwer, weil man dann, dann muss man überlegen, wie funktioniert das System. Also bei einem von diesen Hewlett-Granty-Konferenzen hat jemand gesagt, also wenn man the Mainstream verändern will, muss man überlegen, wie the Mainstream funktioniert. Häufig ist es, das ist nur diese kurze Kritik nochmal zu diesem Technologieansatz, dass man sagt, oh, wir können was Neues machen, wir verändern das System. Und das wissen wir funktioniert eben nicht. Also insofern, wir haben bei der Studie überlegt, okay, wir haben uns selber sechs verschiedene große Herausforderungen im Bildungssystem überlegt und sie auch ein bisschen belegt durch Studien. Und dann haben wir eben die Mitgliedsländer bei der OECD gefragt, welche von diesen spielen eine Rolle bei der Begründung zur Förderung von OER. Und was man da sieht, und das wurde vorher betont, häufig, insbesondere wenn man die amerikanischen Medien anschaut, es geht einfach nur um Kosten. Aber hier sieht man, also Konsens gibt es, wenn man sagt, OER können eben Lehren und Lernen verändern. Und das ist das, was besonders interessant ist. Und hier wurde es eben, also alle 25 Länder haben gesagt, das ist entweder ein sehr wichtiges Argument oder zumindest ein weniges wichtiges Argument. Da wir hier bei diesem OER Festival sind, dann habe ich überlegt, okay, also wenn man das Ganze so sieht, welche Rolle können kleinere Initiativen spielen. Und da denke ich, ist es schon wichtig, erst mal zu überlegen, es gibt zwei Arten von Innovation, zu denen diese OER-Initiativen führen. Also zunächst mal eben Produktinnovation und ganz klar ist eben dieser Fall in den USA, wo es wirklich neue Arten von Schuhbüchern gibt. Aber sie können eben auch als Hebelwerken für neue Prozessmarketing in der Organisationelle Entwicklung. Insofern, diese Initiativen, sie können eben andere beeinflussen, also quasi außerhalb von diesen Initiativen, indem sie einfach OER bereitstellen, die andere verwenden können oder anpassen und remixen natürlich. Aber sie können eben auch als Vorbilder funktionieren. Deswegen ist eben so etwas wie diese OER-Atlas wirklich ganz hilfreich, finde ich. Ganz wichtig, und das ist, also es gab eine Studie letztes Jahr, das ging um digitale soziale Innovationen, nicht im Bildungsbereich, sondern überall. Und das war eine EU-Studie. Und ein von den Schlussfolgerungen aus der Studie war, es ist wirklich wichtig, dass viele dieser Initiativen sich vernetzen und dass das tendenziell eben nicht der Fall ist. Deswegen finde ich das so gut, dass so viele Leute auf diese Tagung anwesend sind. Dann eine andere Sache, was sehr schwer ist häufig, wenn man eben eine eigene OER-Initiative hat, ist zu überlegen, warum ist das, was ich mache, allgemein relevant. Nicht relevant nur für die Leute, die ich denke, meine kleine Zielgruppe, sondern allgemein relevant, weil wenn man das überlegt, dann hat man, vielleicht hat man die Möglichkeit, dass diese Initiative vergrößert und das andere Punkt ist, vielleicht hat man da eher einen Zugang zur Förderung der Politik, weil dann erst ist es für die Politik relevant. Also welche Arten von Unterstützung oder Maßnahmen kann die Politik ergreifen? Also im Prinzip gibt es zwei verschiedene. Es gibt diese sogenannte Pull-Strategien. Also da ist es so, dass man greift auf die Initiative und die Motivation von Lehrenden oder von Entwicklern zurück. Und also nochmal zurück zu dieser Spirale, das wäre quasi vor allem in dieser ersten Phase. Diese Anerkennung von Möglichkeiten, Entwicklung von Ideen in ersten Prototypen und Prüfphasen. Also insofern, da kann man überlegen, es gibt zwei Arten von Maßnahmen, die die Politik ergreifen kann. Zunächst mal Informationskampagnen wäre sehr wichtig. Hier machen wir das hier bei dem Festival natürlich genauso. Auch diese Art von Wettbewerber, sodass man wirklich zeigt, es gibt wirklich gute Initiativen. Und dann aber Ressourcen in dem Sinne erstmal, dass Fortbildungen angeboten werden. Und da würde ich sagen, also Fortbildung eher zu guten Lehr-Lern-Strategien. Und in einem von den Sessions vorher wurde gesagt, okay, das ist wichtig für die Schule, aber nicht für die Hochschule. Ich glaube, das ist eine Verkennung der Herausforderung im Hochschulsystem gerade. Dann natürlich die finanzielle Honorierung von guten Initiativen oder auch von Personen, die eben ihre Zeit in sowas investieren. Und natürlich Aufbau einer Infrastruktur zur Vernetzung und dass Experimentierung erlaubt wird. Auf der anderen Seite die Push-Strategien sozusagen, also wenn die Politik sagt, okay, wir versuchen die Rahmenbedingungen zu verändern. Da denke ich, es geht, das sind auch Themen, die mehrmals in den letzten Tagen auch angesprochen worden sind. Natürlich Regulation von der Produktion von Lern- oder Bildungsressourcen mit der Präferenz OER. Qualitätssicherung ist natürlich herausgefordert durch OER, weil häufig Qualitätssicherung ist nur für etwas da, was quasi ein bestimmtes Stadion erreicht hat und einmal geprüft wird. Und die Idee zumindest ist, dass OER sich verändern soll. Und dann Bewertung der Lernleistung. Da hätten wir eben eine Präferenz, dass Kompetenzen eher der Fokus ist als Inhalt. Dann kann man flexibler sein beim Inhalt. Bewertung der Lehrleistung. Die OECD macht eine Tagung die nächsten paar Tage zur Professionalisierung von Lehrenden und die betonen insbesondere, dass Teamarbeit sehr, sehr wichtig ist. Teamarbeit wird auch unterstützt durch OER, damit mehrere Leute zusammenarbeiten müssen. Und der letzte Punkt ist, es muss auch Raum geschaffen werden für evidenzbasierte Strategien. Also wenn man dann Evidenz hat, dann muss man auch das System verändern können. Also insofern meine letzte Folie ist einfach nur ein bisschen eine Zusammenfassung von denen. Auf der einen Seite eben vor allem für diese erste Phase, die OER-Initiativen spielen eine sehr große Rolle, können aber durch die Politik unterstützt werden, durch eben diese Puls-Strategien, die ich erwähnt habe. Und in der zweiten Phase, wo es wirklich hin zum Mainstream geht, da ist eigentlich die Politik eher in der Verantwortung, weil sie muss eben die Rahmenbedingungen verändern, damit diese OER-Initiativen sich weiterentwickeln können. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank, Dominik Ohr, für den wirklich sehr informativen und anregenden Vortrag. Da kann man sicherlich noch eine Weile drüber nachdenken und auch noch mal Essenzen rausziehen. Vielen Dank auch noch mal an Marco Kals und Jan Neumann, das ihr mitgemacht habt hier bei dem Panel. Ich fand, es war insgesamt, waren das sehr interessante Erkenntnisse aus den Erfahrungen, den Lessons Learned, aus den langwierigen Erfahrungen aus der Praxis mit internationalen Projekten. Und es gibt jetzt im Anschluss ab 16 Uhr noch mal die Gelegenheit, oben am Thementisch 1 weiter über die Themen zu diskutieren oder eben auch die Expertise der drei Herren auch noch mal zusätzlich zu befragen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Applaus